Der Entschließungsantrag ist ordnungsgemäß eingebracht und steht daher mit in Verhandlung bzw. dann zur Abstimmung, weil zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Und damit gelangen wir gleich zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Steinbücher, Kolleginnen und Kollegen, betreffend Palmöl und Palmölfettsteuer. Und ich bitte jene Damen und Herren, die sich für diesen Entschließungsantrag aussprechen, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt.